Das Unternehmen MTF GmbH ist Hersteller von Maschinen und Materialien für Straßenmarkierung. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung. Wir verkaufen fast die gesamte Palette an Straßenmarkierungsmaschinen. Dabei werden in unseren Maschinen moderne Technologien und Komponenten der besten Welthersteller verwendet. Wir verkaufen alle Arten von Straßenmarkierungsmaterialien, Farbe, Thermoplastik, Kaltplastik. Die Materialien werden in einem akkreditierten Labor getestet, haben Konformitätsnachweise und sind nach ISO 9001 zertifiziert. Eine der Hauptaktivitäten unseres Unternehmens ist die Erforschung und Anwendung neuer Technologien bei der Herstellung von Straßenmarkierungsmaterialien und Maschinen sowie Spezialmaschinen für Straßenbau. Auf vier Kontinenten tätig. Zusammenarbeit mit GES-Ländern, Europa, USA und Afrika. Ein breites Netz von Niederlassengen. Mehr als 50 verschiedene Straßenmarkierungsmaterialien für verschiedene Decken können heute bei dem Unternehmen erworben werden. Wir haben eine breite Palette von Arbeiten mit individuellem Zugang, sofortige Betriebsdienst, technische Unterstützung rund um die Uhr. Unsere langjährige Erfahrung hilft uns, Projekte jeglicher Art und Komplexität zu bewältigen. Wir arbeiten in vier Klimazonen und passen die Materialien erfolgreich an alle Arten von Straßenbelegen an. Wir untersuchen sorgfältig Wetterfaktoren und Straßenbesonderheiten. Ein mehrstufiges Kontrollsystem bereits in der Produktionsphase. High-Dick-Produkte. Sichere und hochwertige Straßen sind unser Ziel. Jedes Produkt durchläuft das Kontrollsystem unseres eigenen akkreditierten Prüflabors. Die Straßenmarkierungsmaterialien werden nach den erforderlichen Sicherheitsstandards geprüft. Unsere Straßenmarkierungsmaschinen sind zuverlässige, automatisierte und moderne Arbeitsinstrumente. Mehr als 30 Modelle, von kleinen Handgeräten bis hin zu leistungsstarken Großmaschinen, Ohrenwendungsbereich, Stadtstraßen, Autobahnen, Bundesstraßen, enge Straßen, Parkplätze, Flughäfen. Alle Maschinen werden nach den höchsten Produktionsstandards für Straßenmarkierungsmaschinen gebaut und sind ISO-Zertifiziert. Service von Straßenmarkierungsmaschinen, das sind erfahrene Mitarbeiter, die stets einen vollständigen Zyklus der Wartung von Straßenmarkierungsmaschinen gewährleisten. Jedem Kunden des Servicezentrums MTF bieten wir verschiedene Programme und Sonderangebote für den Ankauf von Straßenmarkierungsmaschinen und deren Komponenten. Servicearbeiten, den Ankauf von Ersatzteilen, Materialien und vieles mehr. Service sind der MTF. Das ist eine hundertprozentige Garantie, individueller Zugang, Arbeiten von beliebiger Komplexität, spezielle Angebote und Arbeitsbedingungen, bequemer Wartungsplan, flexible Zahlungsbedingungen, eine breite Palette von Ersatzteilen, ein breites Spektrum an Zubehör für Straßenmarkierungsmaschinen, Qualitätskontrolle und Garantie auf alle Arten von Dienstleistungen. Bei uns können alle Arten von Maschinen zur Straßenmarkierung für den gewünschten Zeitraum zu günstigen Konditionen gemietet werden. In Verbindung mit einem Mietvertrag erhalten Sie kostenlose Versicherung und kostenlose Wartung. Über 20 hochspezialisierte und hochqualifizierte Mitarbeiter, die mit der neuesten Technologie ausgestattet sind, stehen Ihnen zur Verfügung. MTF. Gemeinsam eine sichere Zukunft aufbauen.